Hey! Deine Eltern sind nicht hier! Willst du mitfahren? Bitte! Als ob ich in eurem... ...Bring mir das Autolied... ...Scheinbar vielleicht keine Ahnung wo es hingeht... Ich hab zwei Tacos gefunden! Darfst du wirklich hier im Auto essen? Klar! Man weiß nie welche Überraschung im Auto noch auf einen wartet! Willst du? Oh nein danke! Ich verzichte auf Almosen! Almosen? Das nennt man teilen! Du weißt doch was teilen bedeutet, oder? Te...teilen? Nimm einfach! Wenn du mit dem Auto schickst, oder? Dann? Du weißt doch nicht! Du weißt doch nicht! Das ist doch das nicht so gut! Das ist doch nicht! Du weißt doch nicht! Du weißt doch nicht! Wir lassen uns doch nicht! Vielen Dank.